Auf sozialen Medien wird der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt häufiger zitiert, was im Prinzip beschreibt, dass sich jemand eher bei einem Thema überschätzt, in dem derjenige wenig eingearbeitet ist. Relativ viel Bildung kann hingegen dazu führen, dass jemand seinen Kompetenzgrad mittelprächtig einschätzt oder sogar unterschätzt. Abonnieren Sie diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es geht nicht per se um Menschen mit niedrigem IQ, die sich als Genies fühlen, auch wenn so etwas durchaus auftreten kann. Der Bankräuber MacArthur Wheeler hatte sich regelmäßig bei seinen Verbrechen Zitronensaft ins Gesicht geschmiert, weil er davon ausging, dass Überwachungskameras auf diese Weise sein Gesicht nicht akkurat aufzeichnen können. Bei seiner Verhaftung soll er erstaunt gesagt haben, aber ich habe doch den Saft benutzt. Er gab an, Testaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera gemacht zu haben, auf denen sein Gesicht schlecht zu erkennen war. Dieser Fall weckte das Interesse von David Dunning, einem Psychologie-Professor an der Cornell University und dem Studenten Justin Kruger. Jemand mit einem durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen IQ zusammen mit einem niedrigen Bildungsgrad tendiert natürlich eher dazu, Fehler zu machen und sich selbst inkorrekt einzuschätzen. Aber der Dunning-Kruger-Effekt tritt auch auf bei Leuten mit höherem IQ und höherem Bildungsgrad. In den letzten Jahren dominierten viele innenpolitische und außenpolitische Themen. Wie sollte man mit den Russen umgehen? Wie war die Performance von Donald Trump in solchen Angelegenheiten? War die Wahl 2020 völlig manipuliert? Ist die US-Oberschicht völlig gespalten in einen linken und einen rechten Block? Regieren die, wie ich sie sarkastisch nenne, Windmühlen von Zion heimlich die Welt? Will das Putin-Regime die Welt retten vor der satanischen Verschwörung? Welche Gründe stecken wirklich hinter dem Überfall gegen die Ukraine? Wie war die Performance der westlichen Regierungen dahingehend vor 2022? Sowohl im Mainstream als auch in alternativen Medien wurde unglaublich viel Unsinn erzählt. Westliche, alternative Medien übernehmen für gewöhnlich Talking Points der US-Republicans oder des russischen Mainstreams. Wirklich alternativ ist daran nichts. Diese Talking Points werden oft erstellt von Marketing-Profis und speziellen Geheimdienstabteilungen, die das Zielpublikum sehr genau einschätzen können. Westliche Bürger schauen sich ab, was ihnen gefällt, was ihnen plausibel erscheint und vertreten dann ihre Meinung, als wären sie ausgebuffte Profis. Widerspruch ist für sie unglaublich irritierend. Das Gefühl, recht zu haben, ist sehr stark ausgeprägt, egal wie falsch man liegt und wie der eigene Bildungsstand wirklich ist. Bei einem unpolitischen Wissenschaftsgebiet wie etwa Weltraumforschung oder der Konstruktion von Raketen und Satelliten würde ein Normalbürger kaum annehmen, genial zu sein und den Profis reinreden. Geht es aber um Politik, Geopolitik, vor allem Sicherheit, wachsen die Scheinexperten auf den Bäumen und halten sich eben für ausgebuffte Profis. Der entscheidende Grund ist nicht die Angst und die Hoffnung, die damit verbunden ist. Wunschdenken ist durchaus eine extreme Triebfeder und für gewöhnlich picken sich die allermeisten Menschen eine Sichtweise heraus, die zu ihren ideologischen Grundüberzeugungen passt, Ängste senkt und Hoffnungen weckt. Auch wenn die Realität selten so ist, wie man sie gerne hätte. Aber bei politischen Sicherheitsthemen ist der entscheidende Faktor hinter dem Dunning-Kruger-Effekt die massive Geheimhaltung durch Regierungen und ihren Geheimdiensten. Es mag der Eindruck herrschen, wir hätten mehr Zugang zu Informationen, denn je und Fragen können schnell beantwortet werden. Regierungen seien eher inkompetent und könnten keine ganz großen Geheimnisse wahren. Liest man den akademischen Bericht eines Thinktanks zu einem wichtigen Thema oder ein Buch wie das des Bundeswehrprofessors Carlo Masala zur Ukraine, dann ist kaum etwas von Relevanz enthalten. Alles wirkt oberflächlich. Das liegt daran, dass nichts angesprochen oder logisch erschlossen werden darf, das der Geheimhaltung unterliegt. Die NATO-Seite will sich nicht in die Karten schauen lassen und es gibt viele unterschiedliche Grade der Geheimhaltung von Material, auf das sie unterschiedlichen Funktionäre Zugriff haben. Ein Land wie die USA will sich nicht in die Karten schauen lassen und muss koordinieren, wer wann welchen Informationsstand bekommt. Gerade in Amerika wird Overclassification bemängelt, also das übermäßige Einstufen von Informationen als geheim. Man sperrt rigoros alles Mögliche und befreit hinterher nur sehr ungern Material von der Geheimhaltung, meistens in zensierter Form. Es kam auch schon sehr, sehr häufig vor, dass Zeitungen oder Akademiker, dass die eben klagen mussten auf die Herausgabe von Dokumenten. Und es gibt viele, viele Ausnahmen, mit denen die Regierung halt eben die Herausgabe von Dokumenten verweigern kann oder wo man zumindest sehr, sehr starke Schwärzungen vornehmen kann. Also da geht es dann darum, die Identitäten von Leuten zu schützen, es geht darum, Operationen zu schützen, es geht auch darum, Methoden zu schützen. Naja, dass man halt eben nicht eine Methode verliert, weil der Trick dann hier durchschaut werden kann. Wenn ein Akademiker nichts Geheimes nennen bzw. erschließen darf oder kann, dann bleibt in dessen Report kaum noch etwas von Relevanz übrig. Dies führte dazu, dass Texte, die eine akademische Qualität haben sollen, oberflächlich wirken und aus Allgemeinplätzen bestehen. In noch simplerer Form landen solche Einschätzungen dann in Zeitungsberichten oder TV-Berichten und in Nachrichten-Kurzmeldungen. Wenn jemand aus dem Publikum dann solche Allgemeinplätze übernimmt, hält er sich für kompetent, auch wenn er es überhaupt nicht ist. Es ist zum Beispiel Wunschdenken, dass die USA und das NATO-Konstrukt eine Weltpolizei darstellen und man im Wesentlichen deren Entscheidungen hinterherlaufen sollte. Eine neue Studie der Brown University schätzte 4,5 Millionen direkte und indirekte Tote als Resultat der Kriege in Afghanistan und Irak. Es gibt viele unzufriedene und besorgte Menschen im Westen, die sich im Internet umsehen und sich einfangen lassen von russischer Propaganda und gängiger Verschwörungsideologie. Und dann trifft so jemand auf eine andere Person, wie im Mainstream zu verorten ist und diese beiden halten sich dann gegenseitig für inkompetent und böswillig. Beide Seiten sind aber ungebildet über Geheimdienste. Die wachsende Aktivistenszene der Verschwörungsideologen und pro-russisch eingestellten Personen führte zu dem Wachstum der Anti-Schwurbler, meistens angeführt von Sozialwissenschaftlern, die sich mit Geheimdiensten überhaupt nicht auskennen und sich maßlos überschätzen. Selbst das Routledge Handbook of Conspiracy Theories, was als wissenschaftliches Standardwerk betrachtet wird, reitet in fast allen Kapiteln darauf herum, dass sogenannte Verschwörungstheoretiker sich durch ihre Meinungen einfach besser fühlen möchten und das Gefühl von Kontrolle über die Zukunft suchen. Sie möchten, dass eine hyperkomplizierte Welt ihnen ganz, ganz einfach dargestellt wird. In einem Podcast sprachen bekannte Anti-Schwurbler über Beispiele, bei denen tatsächlich sogenannte Verschwörungen aufgedeckt wurden. Einer nannte das Beispiel M-Kultra, was eigentlich M-K-Ultra ausgesprochen wird. Man sieht, dass derjenige nur oberflächlich online einen Blick auf die Angelegenheit geworfen hatte und dann auch noch die falschen Schlussfolgerungen daraus zieht. Also es handelt sich jetzt nicht um einen nebensächlichen Versprecher, ja um irgendeine Kleinigkeit und so, das heißt viele Leute lesen ja hauptsächlich, anstatt sich Dinge anzuschauen. Da kann es schon mal vorkommen, dass man den Namen irgendwie falsch ausspricht, aber wenn es jetzt um M-K-Ultra geht, dann ist es halt auch doch sehr sehr auffällig, niemand hat das jemals M-Kultra genannt. Also man merkt hier dann doch schon, hier fehlt es tatsächlich an Wissen. Ja und dann die falschen Schlussfolgerungen. Also solche Verschwörungen seien eher klein, Fehlschläge und Waren nicht dauerhaft geheim zu halten. Je mehr Mitwisser, umso eher die Enttarnung. Deshalb könnte es per se gar keine großen Verschwörungen geben, aber von M-K-Ultra sind jedoch nur ein Bruchteil der Akten bekannt geworden. Es lässt sich mit dem entsprechenden Fachwissen und viel Arbeit rekonstruieren, wie groß das Projekt tatsächlich war, wie viele Universitäten sich an Teilaspekten beteiligt hatten. Diese Art von Forschung, erwuchs aus der psychologischen Kriegsführung, betrifft halt die Top-Universitäten. Über Projekte wie M-K-Delta und M-K-Surge sind noch viel weniger Akten bekannt. Bevor jemand also M-K-Ultra als schräge Lappalie aus der paranoiden Stimmung des Kalten Kriegs abtut, sollte derjenige sich einlesen in die Standardliteratur zu dem Fall und sich dann darüber bewusst werden, was man weiterführend erschließen kann und was wir noch nicht wissen. So funktioniert Wissenschaft. Die Sozialwissenschaftler können vielleicht offensichtlichen Blödsinn von Verschwörungsaktivisten widerlegen, aber darüber hinaus trifft sie der Dunning-Kruger-Effekt. Sie wissen erschreckend wenig über Geheimdienste, aber halten sich für außerordentlich kompetent. Um zu verschleiern, dass ihr Studium damals nichts mit Geheimdiensten zu tun hat, benutzen sie schwammig definierte Kunstbegriffe wie Verschwörung und Verschwörungstheorie. Also es erinnert auch ein bisschen so an den Marxismus generell, der ja viele Sozialwissenschaftler beeinflusst hat. Karl Marx war ja der absolute Meister darin, hier schwobelige Begriffe zu etablieren und halt eben diese Begriffe dann zu verwenden, auch wenn diese Begriffe nie richtig definiert wurden. Das heißt, die Definition ist dann viel zu weit gefasst oder zu allgemein und so weiter. Würde man stattdessen etablierte Begriffe verwenden wie Geheimoperation oder illegale Geheimoperation, wäre sowohl bei Verschwörungsaktivisten wie auch Antischwurblern die Frage da, nach deren Kompetenz. Wenn ein Aktivist einen Bericht vorlegt, der eine illegale Geheimoperation unterstellt, dann kann man den Berichtesschreiber an geheimdienstlichen Maßstäben messen. Der Bericht ist entweder schlecht, mittelmäßig, super oder irgendwo dazwischen. Auch der Kritiker des Berichts muss sich an professionellen Maßstäben messen lassen. Und das führt uns zum nächsten Problem. Wie wird man zum Experten? Man kann sich nicht selbst einschreiben an einer staatlichen Geheimdiensthochschule, weil man dafür außerwählt werden muss. Und man wird später nur in einem begrenzten Feld arbeiten dürfen und erst recht nicht der eigenen Regierung nachstellen dürfen. Man wird nicht ausgebildet, um die ganz großen Operationen zu verstehen. Es gibt manche zivilen Professoren zu Geheimdienstthemen, aber an den typischen Universitäten gibt es dann nur selten Lichtblicke. Zu groß ist meistens die Nähe zu den Geheimdiensten oder die Arbeit ist oberflächlich. Es führt kein Weg daran vorbei, die beste Literatur zu wälzen, über verschiedene Geheimdienste aus verschiedenen Ländern und Zeiten. Dann muss man rekonstruieren, was sich logisch erschließen lässt und man muss identifizieren bzw. eingrenzen, was man noch nicht weiß. So funktioniert Wissenschaft. Das heißt, viele Geheimdienstbücher haben natürlich auch Probleme. Das heißt, sie stammen halt von Akademikern, stammen teilweise von Geheimdienstlern und oftmals bekommt man halt eben nur einen Bruchteil der Akten wirklich hier präsentiert. Also wenn es zum Beispiel einen sowjetischen Überläufer gab und der bringt halt viele Akten mit, dann wird der Überläufer erstmal abgeschöpft. Die wertvollsten Informationen bleiben natürlich geheim und so ein paar Überreste landen dann in den Büchern. Man muss also jedes einzelne Buch genau einschätzen können, von wem es da erstellt wurde, welche Begrenzungen da vorherrschen und so weiter und so weiter. Sie finden auf recenter.com meine teils kommentierte Fachliteraturliste, die ist immer noch nicht vollständig, also da fehlen bei manchen Themenbereichen noch Bücher, die wir noch irgendwo rumstehen haben von vor Jahren, in irgendwelchen Kisten, manche Sachen haben wir noch weggeworfen und manches, manche Bücher sind halt in digitaler Form irgendwo auf irgendwelchen Festplatten. Also das heißt, ich habe so einen Überblick, zumindest größtenteils, was ich bereits gelesen habe, was ich durch habe und dann kann man sehr schön ablesen, wo fehlt noch was oder was sollte man hier als nächstes lesen. Wenn man jetzt einen überzeugten Aktivisten fragt, was hast du zu dem Thema gelesen, was sind deine fünf Lieblings Sachbücher zu dem Thema oder zehn Sachbücher zu dem Thema, dann kommen meistens eigentlich nur Ausflüchte, das heißt es wird dann eben gesagt, ja Bücher seien weltfremde Theorie ja und der Aktivist meint dann, er könne ja so gut praktisch agieren und denken, dass er die Bücher nicht braucht. Ich meine, man stelle sich mal vor, wer von uns würde sich operieren lassen von einem Fake-Arzt, der dann sagt, er verzichtet auf diese weltfremde Theorie, wo jetzt genau die Arterien und Venen verlaufen, wo jetzt genau was ist bei den Organen, er braucht diese weltfremde Theorie nicht, sondern er sei irgendwie dann der Praktiker. Niemand bei Trost würde sich von so jemandem operieren lassen. Gerade die Supermächte sind so erfolgreich geworden wegen ihrer geheimdienstlichen Kompetenz. Das ist so eigentlich das Fundament der Supermächte und da werden natürlich unglaubliche Datenmengen hier verarbeitet, also da werden noch ganz in ganz anderen Dimensionen hier Informationen gewälzt und gefiltert und bewertet. Das Ganze wurde eben zu einer sehr, sehr ausladenden Wissenschaft. Ich empfehle Ihnen mein Buch, Masterclass, denke wir ein Geheimdienstler, finden das unter shop.recenter.com sowie meine anderen Arbeiten zu den Supermächten. finden das alles im recenter Shop.